Also die großen Klubs haben sich mit dieser Champions League Reform, die auf dem kommenden Jahr beginnt, unter Anführungszeichen, wie immer gerichtet. Nicht nur finanziell, kommt ein Albtraum auf uns alle zu. Es ist nicht einmal der elfte Platz fix. Wenn zum Beispiel jetzt Real Madrid die Champions League gewinnt und in der spanischen Liga, warum auch immer, nur Fünfter wird, dann übernimmt genau Real Madrid diesen elften Platz oder dasselbe kann passieren mit Manchester United oder wie auch immer. Also die Top-Klubs sind limitiert mit fünf, haben vier Fixplätze und dann kommt noch der Europa-League-Siege dazu. Aber wenn es so sein sollte, wie ich jetzt gesagt habe, dann ist nicht einmal der elfte Platz garantiert. Kann sich dann auch was ändern oder ist das so gut für sich? Wir arbeiten dran. Für den Zyklus 2018-21 wird man die Access-Liste, diese Zutrittsliste nicht ändern können. Wir wollen die finanziellen Aspekte ändern. Für 2021-2024, da arbeiten wir jetzt mit Hochdruck daran, dass wir diese Zutrittsliste wieder für die kleineren und mittleren Klubs und Ligen einfacher machen. Und auch dann die Umverteilung der 3,2 Milliarden, die erwartet werden. Und dann die Umverteilung der 3,2 Milliarden, die wir jetzt mit Hochdruck haben.